Hallo und tatschkommentare, heute breite ich alles um Lego, eine Lego Zeitschrift, die ist von Januar bis Juni, eine Zeitung, die machen da ganz komplette neue Sachen, über 200, ich glaube 200, ich weiß nicht, neue Lego Sets und hier steht, jetzt neue Lego Nationals, das ist ja im Januar, Januar war vorbei, ja hier kurz die Lego Dublo Sachen, hier ist die Lego Juniors, ist der Lego, ja wo auch, da gibt es Leute, Jay und Schlangen, Furken, Lego Creator, hier ist Lego Franks, das gucken wir uns leider nicht an, weil ich bin ein junger und kein Mädchen, hier sind Lego Dublo Sachen, das sind die Starper Sets, Lego Juniors, Lego Minifiguren, Lego, Valentinstag Hund, oh wie cool, der kostet 10 Euro, dann noch ein Kuss, dann Lego Nixels, dann Lego Friends, das gucken wir uns nicht an, Lego City Starter Set, Feuer und Starter Set, das ist Neurotechnik, Lego Star Wars, das ist ein Battle Pack und der Billen Allianz Battle Pack, das ist auch ein Star Wars. Das ist das, das ist das Feuerwehrfahrzeug, hier ist das Feuerwehreinsatzfahrzeug, Feuerwehrschiff, Feuerwehrauto mit Radar, Kran, mit Kran, ist das, das kostet insgesamt 40 Euro, hier ist große Feuerwehrstation, 100 Euro, aber die sieht auch neu aus. Feuerwehr Snyиш, Feuerwehrridge1heit, mit Motorrad, das kostet, das kostet insgesamt 40 Euro, hier ist Lego City Starper Set, Gefängnis, Gefängnis, Insel, Polizei Starper Set, Flucht per Reifen, Gauna Insel Polizei Patrouillen Boot Polizei Quad Also ist auch eine Gefängnisinsel Polizei Verfolgungsjahr Das kostet 20 Euro Polizist und Gaun Ja Lego City Ich zeig euch kurz die es alle gibt Die Kugel findet Lego Marvel Super Heroes Die zeig ich euch auch noch Das haben meine Freunde Die haben das Die haben das auf Barriere gekauft Damit habe ich auch mal gespielt Ich habe aber nur meine Freunde Ich nicht Weil ich habe ja nicht so viel Geld Ich habe ja Taschengeld Aber jetzt kommen wir zu Lego Nix und Nights Da ist einmal der Clay Den habe ich Macy habe ich Aaron habe ich Robin habe ich Es gibt ja noch Lance und Axel auch als ultimativen Hier steht Ritter zum Kampf Und hier ist noch Hier stehen alle Namen Ultimative Clay Ultimative Macy Ultimative Aaron Ultimative Robin Ultimative Monster Meister Monster Meister Ultimative Laveria Hier ist nochmal Lego Nix und Nights Clay's Kling Cruiser Chaos Kutsche des Monster Meisters Der Meck des Königs Also Meck ist Ok Hier ist Lance Robo Pferd Moltus Lava Werfe Nightroom Scheibenwerfe Chaos Katapult Fortrax Sie holen eine Festung Jesteroth Gefährt Der Finsternis Piraten gegen Ninia also Kommando Zeppelin Jason eine Talbrache Ninia Bikejagd Luftschiff des Unglücks Das kostet insgesamt 90 Euro Schwarze Wind 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 Insel Da gibt es einmal Zataru Nia Cole und große Figur Dox Hunt Hier ist der Lufthai Coles Drache Der letzte Flug des Ninja Flugsegeles Angriff des Mogodrachens Tempel Tempel des Tempel des Jutsus Die Stadt Sticks Die Kenne ich nicht von Deku Bionicles Deku Star Wars Über 28 cm groß ist Darth als Figur neue baubare Figuren Kylo Ren die stehen auf wieviel Teile. Darth Vader hat nicht so viele Teile und Kylo Ren hat 86 Teile und der kostet knapp 24,99 also 25 Euro. Der ist knapp 26 Zentimeter hoch. Hier ist General Grievous. Der ist 30 Zentimeter groß. Der ist 24 Zentimeter groß. Jango Fett ist auch 24 Zentimeter groß und Rey ist 23 Zentimeter groß. Hier sind noch so First Order Snoo Speeder, also so ein kleiner Snoo Speeder für die Imperium. Dann den habe ich. Den X-Wing Fighter. Battle on Takodana. Troppler Battle Pack. Tropp-Transporter. First Order Battle Pack. Also es gibt vier Battle Packs. Boah, hier gibt es die Mierenpfalten. Der kostet knapp sehr viel. Kylo Ren's Kommando Schottler, oder wie man das nennt, ist 28 Zentimeter hoch, 22 Zentimeter lang und mit eingefahrenen Flügel 20 Zentimeter. Mit ausgefahrenen Flügel 40 Zentimeter breit. Ja. Hier gibt es Canons Speeder Bike. Tide Fighter. Tide Fighter. Ja, Micro Fighter. Steht hier auch. The Ghost. Die habe ich auch als Micro Fighter. Pose X-Wing Pilot des Windwiderstands. Da geht es auf BB-8. Gucken wir uns aber jetzt mal andere an. Und damit es nicht so langweilig wird. Droiden X-Kapper Pod, oder wie man das nennt, erhält drei Minifiguren. Die haben C-3-Pion und zwei Javas. Javas, Obi, eine Astromech-Troide vom Typ Erdvodetsu. Okay, Obi-Wans Jedi Intector. Der hat auch mein Freund. Die Hot Attack habe ich schon mal bei YouTube gesehen. Die ist auch sehr cool. Die kostet insgesamt 30, 30, auch 30. Die Carbon für die Firma. Die kostet auch 30 Euro. Die habe ich hier. Und noch Homing. Homing? Ja. Homing Speeder. Droid. Droid. Da gibt es einmal Jedi Master Yoda. Jedi Master steht da. Und noch zwei Battle Trades. Da sieht der Jedi aber sehr anders aus. Den Jedi, den ich habe, der ist anders. Okay. Sets aus Kulti-Filmen. Die Slave One. Die Wolf. Die Lage. Das ist so das Braune, was in der Episode 4 ist. Der Sand. Der Sand. Der Sand. Irgendwas mit Sand. Ist über 25 cm hoch, 48 cm lang und 16 cm breit. Geht hier noch rechts. 7, 8, 9, 10, 11. Elf Minifiguren sind davon. Hier ist noch einmal der Toy Fighter. Ach ja, bei der Minecraft hat er das sah so aus wie ein Toy Fighter. Glaube ich jedenfalls. Und hier ist Lego Minecraft. Das Versteckte im Schnee. Das Verlies, glaube ich, der wüsten Außenposten. Die Neuter Festung. Ich frag mich, wo Stevie ist. Ja, Stevie ist hier. Dieser Stevie. Hier ist Lego DC. Oder was? Das ist Lego Big Ben Fury. Wie lustig. Big Ben kommt auf Pro 7. Und... Wally, der Letzte räumt die Erde auf. Der ist auf. Und hier gibt's noch New York City. Das ist also von Lego. Die kann ich noch richtig lesen. Berlin? Das ist Berlin? Na ja. Fenner Ding. Jetzt gucken wir mal was anderes. Was ist noch? Lego Technik. Schnell rennen und schwere Laster. So sehen die aus. Lego Technik mag ich nicht so besonders. Aber... Boah. Lego Simpsons. The Simpsons. Also... Springfield zum Sammeln. Küki Markt. Das Simpsons Haus. Also die kosten beide gleich. Vielleicht weil das so viel kostet. Hier ist Lego Crater. Einmal so einrollen. Irgendwas zum Rollen. Ich weiß das noch nicht alles. Ich hab den Namen vergessen. Okay. Das hat auch mein Freund glaube ich. Das hier. Oder das ist die Schweiz. Hm. So. Das war's für heute. Hier ist noch ein kleiner... Hintergrund. Lego Ghost. Lego Ghost. Ghost Busters. Feuerwehr Haupt... Hauptquartier. Aber... Bis zum nächsten... Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Das war's mal mit der Lego Zeitung. Es kommt am Januar, Juni... wieder eine neue Zeitung. Und da freuen wir uns auch. Was es da Neues gibt. Aber nur die Zeitung verändert sich. Also bis zum nächsten Mal. Wie? IN